Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich glaube, man muss überhaupt keine Pläne machen. Wenn man Pläne mit dem Leben machen will, ist es ziemlich lächerlich. Sie waren auch immer zusammen. Sie hatten auch beide ehrsinnige Gefühle. Der Autor, kritisch Dürrenmatt, ist in New York so bekannt wie in Paris, Moskau oder Tokio. Viel Arbeit, viel Besuch, das war ein ehrsinniges Leben. Ich glaube, Frau Stieb, das ist ein grosser Einschnitt. Plötzlich haben wir auf sich zurückgeworfen. Das stellt sich einfach die Frage, was kommt. Er war ein Moralist aus Realismus heraus, ein Rebell im luftleeren Raum. Sein Theater nicht die Realität ist grotesk. Ich muss mich noch irgendwie ein neues Leben finden. Neue Artesleben. Neue Technik zu leben. Er war nie verzweifelt. Man brauchte nur ein Kotelett vor die Nase zu setzen, einen anständigen Tropfen und er war glücklich. Was ist das alles? Es ist zu wenig. Ich habe schon in der Buchse. Nein, ich will doch nachher noch etwas als Vorspeisen. Dann macht er noch ein Kotelett? Nein, die zwei Kotelett. Der Schweizer isst immer zu wenig. Es hat gar keinen Sinn, sich zu Tod ergeben. Besser, man lacht sich dann wenigstens tot, wenn man ja zwischen zwei Todesarten wählen kann. Nöw!